Zündstoff Glaube, so heißt unser neues Thema hier bei Talk to the Enemy. In den nächsten Wochen werden hier Muslime mit Christen debattieren. Und eigentlich sind wir schon mittendrin in der Debatte mit der Frage, nämlich wie wortwörtlich nehmen Muslime den Koran. Die Frage hat Barino aufgeworfen und ich füge mal hinzu, wie sehen es denn die Christen, wie halten die es mit der Bibel?